Unity ist die Managementberatung für zukunftsorientierte Unternehmensgestaltung. Wir schaffen innovative Prozesse und Geschäftsmodelle. Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir maßgeschneiderte Lösungen, die nachhaltig zu wirtschaftlichem Erfolg führen. Wir machen unsere Kunden erfolgreicher. Jeder Kunde ist anders, jedes Kundenumfeld ist anders und damit ist auch jede Aufgabenstellung anders. Daher können wir nicht einen Beratungsansatz von der Stange nehmen, sondern wir müssen eine maßgeschneiderte Lösung für den Kunden schaffen. Und dies tun wir gemeinsam mit den Kunden und auch für den Kunden. Seit 1995 hat Unity mehr als 800 Projekte zum Erfolg geführt. Die Ergebnisse unserer Arbeit sind überall zu sehen. Unsere Kunden sind mit ihren Produkten und Dienstleistungen weltweit präsent. Ob Mittelstand oder internationale Konzerne, wir sind der richtige Partner für Unternehmen, die in dem Wettbewerb auch in Zukunft einen Schritt voraus sein wollen. Wir arbeiten für und mit unseren Kunden. Wir unterstützen sie bei der Konzeption und der Umsetzung. Der Kunde hat durch unsere Beratung nachhaltigen Erfolg. Wir sorgen dafür, dass er seine Produktivität und seinen Ertrag steigert, dass er Wachstum hat, aber auch langfristig Investitionssicherheit. Unsere Kunden profitieren insbesondere vom einzigartigen Unity-Beratungsansatz. Gemeinsam mit ihnen erarbeitet Unity maßgeschneiderte Lösungen, die ihren Erfolg sichern. Die Grundlage unserer Arbeit ist das Vier-Ebenen-Modell der zukunftsorientierten Unternehmensgestaltung. Vorausschau, Strategieentwicklung, Prozess und IT-Management. Darüber hinaus sind wir Experten für Restrukturierung und Projektmanagement. Unsere Schwerpunktbranchen sind die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrtindustrie, auch Maschinenbau und Elektro. Und wir haben in den letzten Jahren begonnen, dieses Wissen aus diesen Schwerpunktbranchen auch in andere Branchen zu übertragen. Sehr erfolgreich läuft das zurzeit in der Gesundheitswirtschaft, aber auch in der Konsumgüterwirtschaft und zukünftig vielleicht noch in vielen anderen Branchen. Wir unterstützen unsere Kunden im gesamten Produkt-Lebenszyklus. Sie profitieren von unserem umfangreichen Best-Practice-Wissen, das auf unserer langjährigen Projekterfahrung basiert. Unity bietet den Mehrwert, dass sie Best-Practice-Ansätze aus der einen Branche in die andere Branche überträgt. Und zum anderen ist Unity die Management-Beratung, die nicht nur ein Konzept im fernen Kämmerlein erarbeitet, das der Kunde hinterher umsetzen muss, sondern wir machen unseren Kunden erfolgreich. Durch den engen Austausch mit dem Heinz-Nixdorf-Institut verfügen wir über das Know-how für die Märkte von morgen. Für unsere Kunden erschließen wir Innovationsfelder und machen sie fit für die Zukunft. Unity Consulting & Innovation – die Management-Beratung für zukunftsorientierte Unternehmensgestaltung.